Ich erlebe den dritten Asclepios Krebskongress zunächst mal als hochprofessionell und als wirklich rundum gelungene digitale Veranstaltung. Ich bin begeistert, es funktioniert wunderbar und ich denke auch in der Zukunft wird es ein Stück weit bleiben. Viele Veranstaltungen werden in der Zukunft auch als Hybridveranstaltung geplant werden müssen aufgrund der Pandemie. Was ich hier in diesen drei Tagen erlebe, ist wirklich mit die Spitze dessen, was ich an digitaler Fort- und Weiterbildung bis jetzt erlebt habe. In bis zu vier parallelen Sessions haben wir hier wirklich alle Facetten der Tumormedizin abgedeckt und bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, virtuell zu diskutieren, mit Experten in Austausch zu treten, aber auch untereinander sich zu vernetzen. Und das ist letztlich der große Gewinn, dass wir hier die Brücken bauen zwischen Asclepios-Mitarbeitern, aber auch externen Teilnehmern. 2021 wird sich sicherlich auch noch vieles tun, aber es hat sich natürlich gerade im letzten und auch in den letzten Jahren sehr viel getan. Wir haben ganz viele neue Therapieansätze. Digitalisierung ist wichtig in der Medizin und Digitalisierung ist insbesondere wichtig in der Krebsmedizin. Die Digitalisierung heißt für uns in der Tumormedizin bessere Diagnostik, bessere Therapie, durch bessere technische Innovation, durch bessere Kommunikation. Wir haben ja schon sehr viele Erfolge mit dem DaVinci-Roboter vorzuzeigen. Viele Patienten werden damit heutzutage operiert. Ich glaube, dass wir durch die Daten, die wir sammeln, auch im Bereich der robotischen Chirurgie vielleicht auch unterstützende Systeme bekommen. In jedem Fall ist dieses System nicht mehr wegzudenken. Für die Onkologie sehe ich durch die Digitalisierung große Chancen. Die Zukunft der Onkologie und der Medizin allgemein wird die daten- und wissensgetriebene Medizin sein. Wir haben in der Session gemerkt, dass es viele, viele Ansatzpunkte gibt, um Digitalisierung auch in der Psychoonkologie umzusetzen, von Apps über online gestützte Interventionen bis hin zu Videotherapie. Es hat einen Riesenspaß, das zu moderieren. Wir hatten ganz, ganz viele Fragen über den Chat. Ja, das war insgesamt eine sehr, sehr schöne Session. Wir hatten ja fünf Vortragende, fünf Studierende. Und das war sehr, sehr schön. Haben sie alle sehr, sehr gut gemacht. Genau. Das Ganze läuft sozusagen. Hier als Klubus-Kliniker. Die Highlights sind erst die Onkologische Pflege. Als Eins würde ich sagen, Onkologische Pflege muss spezialisiert oder akademisiert werden. Zwei, unsere Patienten stehen im Mittelpunkt unserer pflegerischen Handel. Und als Drei, Onkologische Pflege muss sie reformieren. Sie muss in einen Zustand kommen, in den Benefit auch anderer Patienten und er selbst hat. Ich mache die Fachweiterbildung, weil ich noch mehr wissen möchte onkologisch. Ich möchte noch stärker werden im Nebenwirkungsmanagement. Und ja, noch mehr Kenntnisse vertiefen und erweitern, um der komplexen Betreuungssituation der onkologischen Patienten gerecht zu werden. Wir hatten den Krebskongress ja unter das Motto Krebs und Digitalisierung gestellt. Und ich glaube, das war ein Hauptgrund dafür, dass wir so großes Interesse hatten. Zu der bestbesuchten Session, das war die Keynote Lecture über künstliche Intelligenz, hatten wir 1.230 Teilnehmer. Das zeigt, wie groß das Thema und der Wissensbedarf darin ist. Das waren mehr als 32 Stunden wissenschaftliches Programm. Insgesamt über 100 Referenten oder Vorsitzen. Also der erste virtuelle Krebskongress war super, war spannend. Schön war auch, dass man mit internationalen Referenten in Kontakt treten konnte. Also insgesamt zeigt das schon auch einen gewissen Vorteil durch diese Vernetzung. Also insgesamt sehr, sehr toll. Ein tolles Format, sowohl gestern als Zuhörerin, als auch hier live im Studio. Ich denke, das ist wirklich eine Sache, die wir auch nach Corona beibehalten sollen. Das ist alles gut, dass wir so ver位置iert haben. Die Frage ist das Thema Corona beibehalten. Die Frage ist das Thema Corona beibehalten. Vielen Dank.